Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Wer schickt sie? Wer schickt sie? Dass sie es wagen, sie meinen Befehl zu widersetzen! Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. 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 unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf. Dann sind wir sehr wohl. Die Kugel, die Kugel desutdats, Vielen Dank.